Hallo und willkommen zurück zu Bear and Breakfast. So, wir müssen unser Motel irgendwie aufmöbeln und das Badezimmer auch korrekt platzieren. Der Gast, der hier einscheckt, hat leider keinen Zugriff da drauf. Das heißt, wir müssen ein bisschen denken, ein bisschen planen. Ah, schon okay. Ich bin hier, um uns auf dem Weg da zu begleiten. Auch wenn es ein bisschen wehtun wird. So, als erstes würde ich sagen, reißen wir mal alles ab dazu. Einfach auf den, nicht auf die Dusche klicken, auf den Raum drücken. Löschen. Ja, ich bin mir sicher. Oh, der Raum, den mag ich eigentlich. Trotzdem mal löschen. Äh, rauswerfen. Wir können das jetzt effizient machen oder schön oder eine Mischung aus beiden. Aber effizient kann ich nicht. Deswegen wird es irgendwie, es wird auch nicht besonders schön. Ich weiß nicht, was es wird, aber es wird irgendwas. So, ich fand die Zimmergröße eigentlich gut. Das hätte man dann eigentlich lassen können. Die Frage ist, wie viel kriegen wir denn hier unter? Wir können einmal, hier ist ein 4x4. Ach, ich hätte gern nochmal Teils zum Sehen. Okay, lassen wir mal die 4x4 hier oben. Türen machen wir nach innen irgendwie. So, mit einem Abstand. Dann würde ich gern nochmal so ein Ding bauen mit 4x4. Okay, da können wir wenigstens einen Gang machen. Dann könnte man die theoretisch auch von innen machen, die Türen. Das wäre vielleicht praktischer. Dann haben wir hier einen Gang, müssen durchlaufen. Ein Badezimmer kommt dann irgendwie in die Mitte. Ja, das kriegt man irgendwie hin. Absolut abreißend. So, die Tür möchte ich hier platzieren. Und dann natürlich wieder da unten. Hätten wir vielleicht auch geschickter jetzt machen können. Frage ist, ob wir wirklich 4x4 brauchen. Ja gut, ansonsten wird halt nur der Gang länger. Na gut, kommt hier auch eins hin. So, wunderschön. Das heißt, wir brauchen jetzt auf jeden Fall ein Bettchen. Ein schäbiges Holzbett. Warum denn nicht? Wo kommt das am besten hin? Vielleicht mal hier. Ja, nicht direkt auf die Tür. Nicht direkt neben der Tür. Ist ja ein Hotel. Da müssen wir uns nicht so anstrengen. Okay, das passt. Die Rezeption würde ich einmal kurz verschieben. Und was wir jetzt machen können, wäre erst mal sagen, jo, das passt so. Und ein Hygienezimmer. Das wird dann von vielen geteilt, hoffe ich mal. Die Frage wäre, können wir, glaube ich, noch eins weitermachen? So, das müssen wir aber jetzt rausfinden. Ich weiß nämlich nicht, was so die Einschränkungen sind. Also hier machen wir noch mal einen 4x4er hin. Kann ich mir das überhaupt leisten? Nö. Das ist aber blöd. Da brauchen wir mehr Gäste, weil ich hätte gern hier noch ein Zimmer, da unten noch ein Zimmer. Und dann kann hier ja das Badezimmer hin. Und dann geht es hoffentlich irgendwie auf. Müssen wir auch mit links mal ein bisschen planen. Ich finde schade, dass es nicht so einen Planungsmodus gibt. Okay. Dann müssen wir... Ja, auf jeden Fall weg damit. Ich habe ja eh kein Geld, das zu machen. Ich würde dann sagen, ich weiß jetzt nicht, ob das Unkosten verursacht. Beziehungsweise ob wir unser ganzes Geld rauskriegen, das wir reingesteckt haben. Ist aber erstmal egal. Das heißt, hier macht man noch mal ein Schlafzimmer hin. Das wäre so das Mindeste. Kann natürlich sein, dass wir das irgendwann wieder abreißen müssen. Weil ich hätte gern, dass es irgendwie eine Art von Symmetrie gibt. Das heißt, von rechts nach links, dass wir hier irgendwie noch zwei Räume haben. Moment, lasst uns mal zählen. Das sind vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das heißt, wir bräuchten eigentlich diese acht Stück. Dann ist nur noch dieses kleine Ding frei für ein Badezimmer. Das könnte eventuell reichen. Ist dann halt ein komisches Badezimmer, aber es wäre eins. das macht man weg. Absolut abbrechen. Dann machen wir hier mal ein Hygienezimmer. Wie wir es mit der Brennerei machen, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, waren es zwei oder drei Platz? Ich glaube, es waren eigentlich keine drei. Das kostet 180, kann ich mir nicht leisten. Absolut verwerfen. Schauen wir noch mal nach. Also wir sind jetzt bei einem Zimmer. Fünf, sechs, sieben, acht. Okay, wir haben noch zwei fürs Badezimmer. Das ist jetzt allerdings dann doch ein bisschen hässlich, wenn wir uns überlegen, dass das das Badezimmer ist. Das können wir sogar bauen. Das können wir uns leisten. Ist das nicht schön? Tür würde ich gern platzieren. Mindestgröße 3x3. Da sehen wir schon das Problem. Das heißt, wir werden das auf die Weise nicht symmetrisch kriegen, wenn wir die Zimmer gleich groß machen. Da müssen wir uns was überlegen, dass wir zum Beispiel das erste Zimmer oder das mittlere Zimmer hier einen Tick kleiner machen und außen die größeren hin, sodass wir dann schön das Badezimmer und unten eine Brennerei reinkriegen. Obwohl, hier ist auch das Problem, der Radius von dem Badezimmer erreicht hier gar nicht das Zimmer hier. Ich glaube, das sollte er erreichen. Vielleicht werden wir es größer machen, aber es muss ja auch nach da hin kommen. Sieht man das beim Bau? Absolut verwerfen, das absolut löschen? Ja, auf jeden Fall. Braucht die Münzen. Aber hier sehe ich doch nicht die Auswirkungen davon. Wenn das das Badezimmer wäre, wird es das Zimmer erreichen und wahrscheinlich das Zimmer, aber hier unten nicht mehr. Das heißt, entweder wir planen die Zimmer irgendwie so, dass sie halt hier ums Badezimmer angelegt sind. Ach, das ist ja kompliziert. Wieso kann das Badezimmer nicht einfach ein bisschen größer sein? Ich weiß, das sind jetzt komische architekturelle Entscheidungen, die ich hier durchgehe, aber ich komme da tatsächlich noch nicht auf eine Lösung. Wir müssen natürlich auch nicht nach Plätzen, optimieren, also klar können wir, wir können es vielleicht so machen, dass wir hier ein Badezimmer dazwischen tun. Das können die dann nutzen und dann ein Zimmer daneben. Das wäre absolut, äh, aktuell meine Tendenz. Also das mal, ich weiß, es war gerade sehr verwirrend, dass wir hier ein Badezimmer haben, unten was auch immer, dann hier noch ein Zimmer und links daneben noch ein Zimmer. das wäre so der aktuelle Plan, so Badezimmer, ja, dass die Tür auch nicht aufgeht, dass sie nicht einfach in die Mitte hin kann. Das ist eine Entscheidung, die kann man treffen. So, wir haben ein Badezimmer, wir haben ein normales Zimmer und dann wäre jetzt mein Plan, dass es nochmal ganz deutlich wird, äh, die Herstellung, Raumplanung, dass wir praktisch hier noch ein Zimmer hätten, das gleich groß ist, wie das erste, dann vielleicht noch ein Badezimmer und links dann noch ein Zimmer. Also so ungefähr der Plan. Wenn wir hier drei, können wir uns gerade nicht leisten, ich sehe das Grid auch nicht gut. So, wenn ich drüber habe, wir sind hier, wo der Mauscursor ist, bei drei, vier, dann haben wir dreimal drei noch Platz, das wird also passen. Ja, wo die Brennerei hinkommt, fragt mich was leichteres. So, ja, wir wollen das absolut verwerfen, können wir uns gerade eh nicht leisten. Ich denke mal, die Zimmergröße passt so. hier die Willkommensfußmatte, legt man vielleicht davor. Nachttisch kommt an die Seite. Flurlampe, ja, finde ich immer ein bisschen groß. Kommt vielleicht hier hin. Schlangenpflanze hier ins Eck. Müssen ja irgendwie unsere Deko gerade loswerden. Auch durch die Lampe passt das nicht hin. Schade eigentlich, das würde ich nämlich gern, sehen. Das heißt, die Flurlampe machen wir erstmal da, mitten im Raum. Also, neumodische Deko. So, wir haben hier handbemalte Schublade und eine handbemalte. Weiß nicht, warum die nicht gesteckt waren. So, das sieht aber auch scheiße aus, muss ich sagen. Nicht das, was handbemalt ist, sondern wie sie da steht. Vielleicht machen wir die doch einfach nach unten. Da steht sie gut. Das Schlangengras kommt dann da hin. Dann kann sie auch ins Eck. Würde sagen, Blumenvase kommt drauf. Boah, Spiegel. Warum nicht? Kann der Einbrecher sich hier beim Reingehen selbst beobachten? Das ist doch schön. Eine heruntergekommene Toilette. Und dann am besten ganz oben, sodass man sieht, wenn Feinde ins Bad einbrechen, wenn man gerade auf dem Pott ist. So, die Dusche ist, glaube ich, Hölzerne Dusche. Wo packe ich die denn hin? Das ist jetzt wieder so eine Platzierungsfrage. Meine Toilettenplanung geht nicht auf. Okay. Nichts war es mit Personen beobachten, die ins Bad einbrechen wollen. Toilette kommt da hin. Dann wird man eben beim Duschen beobachtet. Obwohl, das sieht auch scheiße aus. Kann man nicht einfach in die Dusche kacken? Manche machen das. So, dann kommt, das sieht alles beschissen aus auf 3x3. Joa, viel Spaß da. Dusche da im Eck. Warum nicht? Ist ja ein schäbiges Motel. Vielleicht kriegen wir bessere Teile, dann können wir umplanen. Oder ich nehme die Tür irgendwie anders hin, dass die Dusche da hinpasst. Das können wir eigentlich machen. So, das sieht dann etwas, etwas umgänglicher aus. machen wir das irgendwie so, dass es gefühlt zumindest auf derselben Stufe ist. Es war im Spiel nicht symmetrisch dann, aber sieht zumindest gut aus. dann neue Türregel, die muss anscheinend nach links, sonst wird das nichts. Sonst sieht die Dusche nicht gut aus. Joa, bisschen doof, aber haben sie ja jetzt geschafft. Dann können wir eigentlich einen Gast hier reinholen. Einen weiteren Raum kann ich erstmal nicht bauen. Gäste anfragen 7, Hygiene 6. Wie viel Hygiene haben wir denn? Sieht man das beim drüberhavern? Müsst man doch hier irgendwie Schlafzimmer 1 mit 9 Hygiene 14 Dekorationen. Na gut. Äh, 9 Hygiene, der braucht wenig Deko und bleibt nur einen Tag. Das ist ja blöd. Wir wollen viel Geld. Oh, der ist gar nicht anspruchsvoll, was Komfort angeht. Der ist mir direkt sympathisch. Oh, nehmen wir doch hier die Tilly, Tilly Donovan annehmen, zuweisen. So. Die wird morgen eintreffen und dann kriegt man hoffentlich unsere schönen, schönen Kohlen, damit wir das machen können. Genau, ich muss eine Brennerei da reinbauen. Das kann ich allerdings noch nicht. Es fehlt an den Kröten und die Krötenwanderung kommt erst demnächst. Hoffe ich zumindest. So. Kann ich die, ich kann die Hütchen hier nicht aufnehmen. Das ist schade. Das heißt, wir müssen immer drauf schauen, dass hier ein Hütchen umgekippt ist. Ich wünsche, wir könnten die Umgebung hier ein bisschen schön machen. Kommt ja vielleicht noch. So. Nee, ich wollte nach Holzkreuzung. Da müssen wir auf jeden Fall mal nach dem Rechten sehen. So. Geht's euch gut? Uh, ein Bär. Und Müll, den nehme ich doch gerne. Ist alles ausgebucht. Geh mal am besten mal an die Rezeption. Immer eventuell noch ein bisschen umstellen. Die Lampe wäre noch keine Lampe. Äh, hier. Warum nicht? so, die Rezeption ist halt ein bisschen der ist, ich würde sagen, ist blöd. Vor allem nimmt die so viel Platz weg. Da könnte man doch noch ein Bett reinmachen. versuchen wir es mal so. Warum nicht? Das scheint auf jeden Fall die richtige Seite zu sein. Geht morgen und geht in zwei Tagen. Na gut. Dann können wir aber einen neuen Gast zuweisen. Musst nur sehen, 16 Dekorationen. Boah. Die haben wenig Ansprüche hier. Ah, ihr bleibt alle nur einen Tag. Was soll denn der Mist? Wer sieht reich aus? Äh, du siehst reich aus, du Fatima Humphreys. Dich nehme an. Äh, ja, Gast zuweisen. Keine Schlafs. Achso, habe ich schon einen neuen angenommen. Das kann natürlich auch passiert sein. Na gut. So. Ja, ich erschrecke euch alle, ich weiß. Und den Müll müssen wir wieder einsammeln. Aber so langsam nimmt das doch hier alles Form und Farbe an. Dekoration. Oh, kleiner Topf Rhabarber. Da können wir ja vielleicht mal einen Kuchen draus machen. Die Schlangenpflanze gefällt mir auch. Die platzieren wir noch öfter. Dekoratives Fass immer her damit. Wir haben ja mehr als genug Müll um das hier so ein Handtuchhalter vielleicht für die Dusche. Äh, kleines, was ist denn eine Gebets Topf Pflanze? Ich kenne das höchstens so, dass man betet, dass eine Pflanze nicht drauf geht, die man irgendwie seit Monaten nicht gewässert hat und dann plötzlich übergossen. Das kannte ich noch nicht. Kleines abstraktes Gemälde. Ja, warum denn nicht? So, gleich ist Nacht. Da müssen wir wieder schlafen, aber nicht bevor ich hier ein paar Bretter eingesammelt habe. Die werden wahrscheinlich demnächst relativ nützlich werden. Alles nehmen. Warum denn auch nicht? So, zwei Stapel sehe ich noch und dann können wir hoffentlich schon gleich schlafen. Hank ist echt gut darin, hier ein komfortables Bett und Breakfast zu machen. Und wir haben jetzt schon zwei Standorte, von denen einer noch nicht ganz etabliert ist. Und ich würde sagen, der hier ist nicht optimal ausgenutzt. Ich wette, mit bisschen Quetschen hätten wir hier sechs Zimmer raus bekommen. Aber manche Leute mögen ja mehr Platz. Komische Leute, die gehen mir immer auf meinen Profit. Ja, ja, wir müssen ja nicht alles nach maximaler Gewinnspanne optimieren, sondern einfach, dass es wunderschön aussieht. Und wunderschön sei dahingestellt, aber dass es zumindest nach was aussieht. Haben wir so viel Deko Gegenstände, können wir nicht einfach alles reinpacken. So, hier gibt es keine Ressourcen für uns. Dafür hätte ich wahrscheinlich nach Sägemeilen müssen. Ich bin mir fast sicher, dass wir gleich schlafen können. Ich würde trotzdem noch kurz mal vielleicht rechts nach dem rechten schauen. So, Waschbär sammelt wieder Müll. Ach, und da ist noch ein Stapel von Holz. Ja, damit sieht man fast gar nicht, aber ich habe ihn aufgespürt. Hab da echt eine Nase für sowas. So, dann lässt mich mal schlafen. Spiel, damit wir hier neues Geld reinbekommen. Haben wir das eigentlich? Schließe einen Aufenthalt für zwei weitere Gäste ab. Okay, das ist aber erst übermorgen der Fall. Ich würde sagen, ich schlafe diesmal auf der Straße. Kann mir kein eigenes Bett leisten bei dem Geld, was gerade reinkommt. Wunderschöner Morgen wieder. Vor allem weil Zahltag ist. der war zufrieden und hat nur ein bisschen Angst. Hey, das hat hier so einen roten Sting ist gerade besetzt. Hallo? Ne, anscheinend niemand drauf. So, da oben checkt die aus, checkt die ein, die schlafen noch. Ah, dann müsst du die ein checken. Dann wollen wir sie vielleicht mal ein bisschen erschrecken. schnell auf dein Zimmer musst hier irgendwie die Natur genießen. Ich finde das lustig, wie die auf mich reagieren. So, dann würde ich sagen, gehen wir zu unserem schönen Motel und schauen wir mal, was wir uns da leisten können. So, die ist auf jeden Fall schon mal begeistert. Das ist sehr schön. wäre noch klasse, wenn ich beim Spiel sagen könnte, dass ich die Zeit irgendwie ein bisschen vorspulen will, weil es hat doch ein bisschen Lücken, würde ich mal sagen, wo ich nicht unbedingt weiß, was ich tun soll, außer bis zum nächsten Tag warten. Zumindest kommt mir das bisschen so vor. Egal, wir können jetzt ein bisschen was planen und von mir aus könnte das Planen auch schon auf Zeit gehen, aber wir sehen ja, dass es das nicht tut. Schlafzimmer macht mal ein zweites hin. Ich habe mich umentschieden mit den Türen, das sieht einfach dienlich aus. das mit der Dusche ist halt jetzt so. Vielleicht kriegt man eine bessere Dusche. Das kommt dahin, passt für mich. Dann müssen wir was herstellen und zwar ein so viel können wir schon. Stimmt, die Bar, Hocker und so weiter haben wir freigeschaltet. Dann das schäbige Holzbett einmal her damit. So. Dann würde ich sagen, der muss nicht unbedingt direkt an den Wasserleitungen horchen. Ist er vielleicht ganz glücklich drüber. So kleiner Nachttisch kriegt der natürlich auch. Der kriegt hier schöne Gemälde. Pflanze drauf, warum nicht? Schlangengras. Dekoratives Fass in die Ecke. Ich muss verrückt sein. Handtuchhalter ins Bad. Warum denn auch vielleicht als Alternative ins Bad, man da auch rein pissen kann? Ne, schauen wir mal. Machen wir es mal. Ja, das ist halt. In Badezimmer bin ich nicht zufrieden. Da wärmer uns noch was überlegen. So Rhabarber Pflanze kommt darauf. Na, wenn das nicht Wüsten Motel schreit, dann weiß ich auch nicht. Ich höre auf jeden Fall nichts. Nächster Gast, nächstes Vergnügen. Gäste anfragen bzw. Schlafzimmer hat auch neun Hydrationen, das ist ja gut. Und 13 Dekor. Na gut. Dann würde ich sagen, der bleibt gleich zwei Tage. Nehmen wir den mal an. Und wir können natürlich auch eine neue Person anheuern, weil die andere morgen uns wieder verlässt. So wäre die Frage, das habe ich noch nicht raus gefunden, je anspruchsvoller die sind, desto besser soll doch eigentlich mein Profit sein. Das hoffe ich zumindest. Dann nehmen wir einfach mal Bedürfnisse nach acht Dekorationen, dann nehmen wir doch einfach die. Keine Ahnung, wäre schön, wenn das irgendwie so funktioniert. Und jetzt ist halt wieder das Problem, ich würde gern schlafen, bis mitten am Tag. Vielleicht können wir links noch bisschen was erforschen, ansonsten können wir uns natürlich ansehen, wie wir mal eine Brennerei machen, auch das kostet prinzipiell schon mindest mindest größe 20 das heißt wir müssten das praktisch so groß machen und das kostet 700 ja das können wir uns nicht leisten und das ist natürlich auch nichts geworden hier so das hätte jetzt die passende größe die ich wollte 9 macht doch so was nicht also 560 dann kann da noch ein zimmer hin dann hat es noch badezimmer access und hier müssen wir mal schauen wie wir das machen können ja auch sagen hier ist auf jeden fall noch ein eingangs bereich wir müssen schauen ich habe eh das geld gerade nicht parat die tür zielt gerade nicht das ist aber schlecht die macht man mal direkt hier hin so dann kann gar nichts schief gehen können wir neue blauposen kaufen und da unten kann ich glaube lang habe ich gar nicht gesehen bis jetzt nö anleitung habe ich glaube schon oben ist eine quest abgeschlossen da können wir gleich hin und erstmal schauen vielleicht können wir hier ins neue gebiet die brücke ist aber kaputt ab hier geht es nur noch auf dem gehweg weiter ja das sieht das sieht nicht gut aus was hier passiert ist ich dachte hier gab es nur ein feuer das sieht ja aus wie ein komplettes erdbeben das ist definitiv nicht der richtige weg möglich schrotthaufen nehme ich alles mit ach muss ich bauen ein kunstwerk mit talna bikerbär ein umwerfendes exemplar moderner kunst plus eine zusätzliche gastanfrage pro tag in diesem gebiet ach das ist ja praktisch und ich dachte er sie könnte was aufsammeln naja habe ich nicht gut genug geschaut das passiert hin und wieder so hier links scheint es aber echt nicht durch zu gehen im moment frag mich wann sich das spiel weiter für uns öffnet ansonsten hat man da hinten ein tor kann man das eigentlich reparieren nö modrig kiste alles nehmen da ist da ist ja gar nichts drin die lampe hätte ich zwar auch gerne aufgenommen ich dachte wir müssen da irgendwas reparieren anscheinend nicht aber ich habe doch im gefühl irgendwie entfernt dass wir noch so ein toolbox kit gebraucht haben für irgendwas ich komme leider nicht drauf was das war so das nehmen wir können auf jeden fall kurz zur deponie vorbeischauen wir haben noch ein schädiges lattenbett im inventar und das können wir ja wieder in seine einzelteile zerlegen ich glaube das war der sinn der sache so und ressourcen sammeln können wir natürlich auch aber da fühle ich mich eigentlich auch ganz gut versorgt im moment um ehrlich zu sein müssen wir mal schauen vielleicht kann man ja rechts auch irgendwo so gut erkundet habe ich materialien materialien zumindest ein teil davon so weit so gut genau da muss man nicht reinschauen hier blinkt wieder was ist es respawned also gerade ist es auf jeden fall despawned seltsam ich dachte ich hätte schon alles gelootet das hier auf dem schrottplatz des elektro gegenstände interessant das ist auf dem schrottler äh auf dem schrottplatz respawned ist ja irgendwie klar andersrum habe ich das jetzt noch nicht gedacht und hier scheint es weiter zu gehen irgendwie goldgräber ausrüstung wo bekomme ich die denn wieder her sobald wir die haben scheint es nach rechts weiter zu gehen das wäre ja wunderbar so anscheinend viele elektro bauteile haben und jetzt wird auch so langsam wieder abend ich denke immer noch die tage vergehen für das was man machen muss aktuell ein bisschen zu langsam aber wenn ich wenn das gefühl sich verstärkt würde ich einfach dann auch irgendwann mal sagen so ich warte jetzt hier bis zur nacht und dann würde ich den entsprechenden part skippen soll euch ja hier auch nicht langweilen soll nur ein entspanntes kusi bear in breakfast spiel sein ohne euch zu langweilen so könnt es vielleicht auch zum einschlafen anschauen ich weiß es nicht ich finde das spiel ganz gut ich hätte mir aber ein bisschen mehr erwartet ich war von starry valley ja so begeistert und da kann man wirklich hunderte stunden rein versenken je nachdem wie man sich anstellt und das ist das spiel hier eindeutig nicht das ist zwar liebevoll gemacht aber ich würde trotzdem sagen ja einmal und nie wieder das reicht und vor allem so viel haben wir hier nicht zu tun also könnte man noch in die mine gehen oder hätten cooles progression system ich weiß es nicht vielleicht zieht das spiel auch einfach nicht genügend an am anfang grad ist auf jeden fall sehr sehr wenig los wir wandern aber mal nach oben weil wir haben eine quest abgeschlossen vielleicht kriegt man dann eine zweite quest oder eine andere oder neues gebiet das kann ja alles sein so die Gäste vergrusel ich noch mal ein bisschen auf dem weg zum schild na nicht so schnell ich bin doch ein fetter bär hui quest abgeschlossen hast du den auftrag erledigt ja herzlichen glückwunsch du hast mal wieder knapp die mindest anforderungen erfüllt das mache ich am besten die gäste haben jetzt höhere erwartung an diesem ort das ist ja fantastisch und ich kriege meine hose wie es mir versprochen wurde ich erinnere mich und die werden jetzt auch hier mehr bezahlen das ist wunderbar das freut mich richtig an diesem ort sind weitere verbesserungen verfügbar du musst jetzt die folgende arbeit erfolgreich erledigen erhöhe das ansehen in holzkreuzung auf stufe 3 belohnung 150 münzen oh mein gott ich will diese 150 münzen auf jeden fall ok und wie erhöhe ich das ansehen ah schau abgeschlossen wunderbar das ging schnell ja ja alles erledigt rund 150 münzen mehr und neuer auftrag du musst jetzt hier folgende arbeit erhalte plus 3 5 sterne bewertung in holzkreuzung eine besonder ein besonderes schmuckstück das für schwung sorgt ist die belohnung oh ich hoffe das ist so eine gold kette die ich mir um hals werfen kann ok wir brauchen jetzt plus 3 also 3 weitere 5 sterne bewertung mit bisschen glück haben wir das morgen alles erfüllt und wir müssen natürlich neue gäste anheuern für die die morgen abzischen geht morgen geht morgen so gäste anfragen dich nehmen hier doch mal an du bleibst nur einen tag das ist gerade gut ich will nämlich die fünf sterne ding so du brauchst mehr komfort können wir dir leider nicht bieten du bleibst zwei tage du bleibst ein tag und vier und vier kriegste das schlafzimmer wunderbär haben wir alles abgeschlossen hätte ich beinahe vergessen das sind natürlich auch immer zu tun ist schade kann ich das von einem rezeptionstisch aus kann ich alle verwalten weil das wäre praktisch sonst müsste ich ja ne ich muss in das gebiet reisen das ist unpraktisch vor allem wir können ja glaubt fünf bär in breakfastes haben also ein bär aber fünf motels in der art oder luxus ressorts wie die auch heißen dann muss man jeden tag in alle dinger reisen für den aufenthalt gut da lohnt sich dann nicht die eintägigen zu nehmen muss man wirklich alles abklappern da weiß ich nicht ob man noch was freischalten ansonsten wäre das bisschen komischer aufwand aber komischer aufwand ist ja teilweise auch komisch lustig irgendwas so wir haben hier auf jeden fall noch mal bretter die wir aufstellen nicht aufstellen auf sammeln fragt mich auch wann mein inventar limit erreicht ist weil wir haben ja bären verstecke da können wir was drin lagern vielleicht ist es nur für möbelstücke oder so aber ich weiß es nicht haben auch ja inventar bin ich eigentlich zufrieden damit da kann gerne alles weiterhin drin bleiben so wo gehen wir hin ich würde einfach hier schlafen direkt auf der wiese warum denn nicht wir sind ja ein bär die natur ist unsere hängematte so fünf sterne hoffe ich doch sonst weiß der bär auch mal zu wenn ihr nicht gut bewertet auf jelb oder sonst wo so da kommen die neuen gäste dann müssen wir aber gleich wahrscheinlich noch mal ersatz buchen und dann kann man auch auf unser schönes geld schauen hoffentlich schönes geld details geht morgen da brauchen wir auf jeden fall 9 die da rosmarie scharpels wie sieht reich aus also die gehen alle morgen zuweisen dann brauchen noch mehr gäste 13 dekor annehmen du kriegst das zimmer und 14 und 15 dekor wunderbar du brauchst du brauchst acht komfort ich hoffe ich habe gerade kein miss gebaut bei dem ein wie erhöhe ich den komfort das ist mir noch ein rätsel aber wir nehmen hier erstmal schenner schau zuweisen schlafzimmer wird schon irgendwie passend nur komfort sollte man halt steigern dann sind wir hier tatsächlich fertig und können uns jetzt hoffentlich um die wüste gescheit kümmern wenn da fragt mich wo die anderen zwei beziehungsweise nicht fragen schauen wir doch einfach mal wir haben hier rechts noch was und da oben und wo wir können wahrscheinlich im winter resort noch bauen zumindest sieht es da nach einer schneelandschaft aus also da freue ich mich drauf bin gespannt wann wir da hinkommen und auch wann wir das deiner hier reparieren können bestimmt sobald man die brennerei irgendwie irgendwann mal gebaut haben so die gehen da rein und sind hoffentlich glücklich unzufrieden bis an ihr hoffentlich nicht baldiges lebensende weil sie bei einer meiner unterkunft übernachten wir haben 1080 kohle das ist natürlich praktisch ich würde sagen das ist eine gute bar wird zwar nicht direkt gegenüber von der bar wohnen so was braucht das brennerei bars barhocker und dispenser das kriegt man auch hin so wird sagen da steht sehr gut ich weiß aber auch hier nicht was der radius ist genauso wenig wie beim badezimmer sehe ich das irgendwie wenn ich aktuell sie ist nicht dann was braucht man wir brauchen keine rezeption wir brauchen ein bierzimmer fahren da reicht glaub einer barhocker machen wir mal 5 und robuste holzbar vielleicht mal mehr vier wenn zwei drei stühle hinpassen dann haben wir zu wenig stühle ist egal mehr mal irgendwie rauskriegen nicht herstellung sondern inventar also robuste holzbar sieht tatsächlich das sieht halt nicht nach einer guten bar aus muss ich tatsächlich sagen dann macht man die doch lieber hier und größe und da noch zimmer hin das muss doch irgendwie drin sein ja ich will das geld auf jeden fall zurück bestellen mal temporär mal hierhin hier kommt ja bestimmt klar also wenn schon war dann auch eine wunderbar zumindest was schöneres 1400 wird es kosten und ist ordentlich groß da kann man vielleicht noch ein zimmer irgendwie unterkriegen keine ahnung das tun wir auf jeden fall mal hierhin ob jeder wir brauchen aber noch platz für die rezeption das heißt die ja die wird auf jeden fall erstmal abgerissen ist ja kompliziert das spiel auf einmal wenn man alles platzieren muss so reicht es unten für die rezeption wenn man hier noch einen raum haben dann flur sieht schon komisch aus oder wie mache ich denn eine gescheite war so muss ja nicht alles aufgehende rezeption geht natürlich auch im flur warum nicht gut dann könnte man es auch da hinten machen aber das könnte ich mir zumindest leisten so und dann können die leute ich hier in die bar gehen und da unten ist am besten dann noch ein schlafzimmer das muss man dann überlegen ob das überhaupt klappt also raumplanung komfort schlafzimmer gesagt vier mal vier das wird passen und dann können wir die tür nach da verlegen die frage ist nur was haben wir denn hier unten das geht sogar jetzt im moment ich kann ich mir nicht leisten dass wir klar die kachel entfährt mal ganz schnell wieder die tür passt da wo sie ist haben wir hier eine schöne bar was wir da unten machen gut da könnte man natürlich die rezeption rein tun das ist das wäre eine option dass die gäste da unten gestört sind was auch immer das bringt so ich brauche noch eine tür tür gibt es hier schön dass die wenigstens kostenlos sind macht man die dahin haben wir dann eine rezeption symmetrie ist so eine sache 1 2 1 ja so halbwegs na gut und dann haben wir hier wieder zimmer müsste das bad eigentlich reichen für die ganzen das wäre natürlich auch cool dann muss man das hier irgendwie gescheit machen na gut kann ich mir aber erstmal ähnlich leisten nein das hat die tür einfach versetzt ich erinnere mich jetzt kommt man hier gar nicht mehr rein das ist gar nicht mehr so gut dann raumplanung herstellung kann ich natürlich hier herstellen kann ich noch nie gesehen anscheinend nicht für abtüren okay dann macht man eine tür mal erst mal daran da beschwert sich zumindest keiner wunderbar und wenn wir gleich dabei sind machen wir doch noch eine tür hier unten hin und muss ich so weit laufen im moment ja ich bin zufrieden mit der tür mit dem tür placement haben uns zeit gespart die tür geht nicht zu ja da würde ich mich auch beschweren dann macht man die dusche doch dahin wieso ist die tür denn du hast so wenig komfort das ist dein problem wenn du in meinen örtlichkeiten hier ein zimmer willst ich bin doch im im wald wieso erschreckst du dich im haus hinter einer wand wollte ich sagen so brennerei kann man ja jetzt zumindest ausrüsten die items hammer das ist auch bisschen platzverschwendung tatsächlich na hier können wir es auf jeden fall hin machen 1 2 3 und dann können wir vielleicht doch hier ein schlussstrich ziehen und sagen okay hier oben ist die bar die sieht halt so aus was gibt es denn hier noch ein bierzapf fahren der muss natürlich sein hast du dann macht mal vielleicht alles ein tick nach unten das ist jetzt dämlich vielleicht die bar hierhin jetzt abfahren hinter die bar irgendwie na dann kann es doch sein dass wir die bar bisschen größer brauchen kann man vielleicht auch gleich zwei platzieren na lassen wir es erstmal bei bei dem her so das passt doch dann haben wir die quest auch abgeschlossen das wunderbär teilnehmer der von polias und von cruise programme stimmen zu auf jegliche ansprüche für personenschäden an besagten teilnehmern zu verzichten oder widerrechtlichen tod näher der widerrechtliche tod ist nie gut grünen knopfdrücken die kultivierteste brennerei ist fertig ausgezeichnet du bist ein schritt näher dieses etablissement zu etablieren als führendes wasserloch dieser gesamten wüste ich hätte um nichts besseres bitten können auch mir fallen ein paar dinge ein wir stehen kurz vor dem ausbau eines weiteren premium grundstücks wir müssen ganz klar sicher gehen dass unsere rigorosen standards eingehalten werden ganz klar porm voyage neue gegenstände wunderbar vielleicht kriegt man ein besseres bett dafür musst du eine reihe an kriterien zu einem gewissen maße erfüllen ja das kennen wir doch schon so aufenthalt für paar gäste haben nur ein badezimmer haben zu wenig komfort das tut mir aber leid was haben wir denn hier drin für blueprints kann ich mir wahrscheinlich nicht leisten rustikales qualitätsbett her damit auf sowas hatte ich gehofft und das haben wir direkt gelernt dann schauen wir mal ob die komfortabel hier genug schlafen können ich wollte ja auch herstellung und dann haben wir ein qualitätsbett mit zehn komfort davon mache ich doch gleich drei oder vier oder fünf er damit so ich würde dann gern das hier ersetzen also muss ich einfach entfernen entfernen kommen die qualitätsbetten ring das ist doch nein die sind größer ok die versetzt man dann macht ja auch sinn dass das kann ja nicht alles so klein bleiben irgendwann kommen die hoffentlich auch mit partner dann zahlen die mehr da wollte ich es eigentlich nicht platzieren ich weiß auch da oben platzieren ist der nachtisch echt immer noch im weg nicht das wird der spiegel sein so ein lachtisch kommt wieder muss doch platt sein also da passt der nachtisch hin sieht jetzt komisch aus aber klappt so ich würde sagen das passt hier wo die duscht da kann man aber nicht zu sehen bei dem spiel ist wahrscheinlich besser so wer sonst bisschen komische stimmung hier in dem spiel was und da wüsste ich nicht was der entwickler mir damit oder das entwickler team hier damit vermitteln wollte so die brauchen mehr komfort das sehe ich sofort drei betten habe ich überhaupt die drei betten noch ja ich habe ja fünf gemacht sehr schön ins inventar mit ihr ins inventar mit ihr ins inventar mit ihr so aus platzgründen verschieben wir das mal ganz kurz dann würde ich sagen die stapeln ja und die stellen wir doch einfach auf sind es teilweise schwierig zu erkennen vor allem wenn man sie so rum platziert aber irgendwie werden was hinkriegen so dann kriegt er wieder sein nachtisch fass lampe passt und die kriegt auch wieder ihren nachtschränken wird sagen das passt und dann haben wir uns gleich um den komfort gekümmert und dann würde ich sagen reicht es tatsächlich für die episode ich bedanke mich fürs zusehen und bis zum nächsten mal